Ja, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute ein ganz besonderer Mensch, der hier gerade schon am Raven ist. Alter, was geht? Der liebe Standard-Skill ist mit dabei. Hallo! Geht ab! Und ich hab gehört, du bist ein richtig krasser PC-Spieler. Digga, ich bin der Häftigste von allen. Leute, ich kann euch mal ganz kurz die Runde, die wir gerade zum Einspielen gemacht haben. Die ist zwar nicht repräsentativ, weil, keine Ahnung, das hat halt aus Glück wahrscheinlich so gut funktioniert. Aber schaut mal hier ganz kurz. Oh, hier ist gar keine Ahnung. Nö. Warte, ich komme hoch. Bruder. Zwei Lobos gekillt. Okay, warte, ich komme. Wo ist der? Hier sind welche? Zwei? Einer hat dicken Hit. Einer knocked. Einer ist down. Nice. Sehr schön, Bro. Okay, der meint's ernst. Er frisst einen, Alter. Er frisst. Er frisst noch einen. Und er geht down. Ja, und dann am Ende wieder, Leute, ihr kennt das, ne? Shotgun. Gut. Wir beide machen heute ein kleines Duell. Playstation gegen PC-Spieler. Aber gucken, wer mehr Kills bekommt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich auf jeden Fall am Sack bekomme. Allein wegen deinen Tanzmoves schon. Kritischer. Also, mal gucken. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich werde mich anstrengen. Also, ich denke mal, zehn Kills mindestens. Ah, Digga. Wir spielen jetzt halt in der gemischten Lobby, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin krank verwirrt. Weil hier sind Mobile-Leute drin. Hier sind Leute, die, glaube ich, keine Hände haben. Hier sind Menschen drin, die PC spielen. Playstation. Klar, nur die Xbox-Spieler dürfen nicht mitspielen. Aber gut. Aber trotzdem, alle tiltet Towers. Schnell, schnell, schnell. Aber trotzdem gehen alle nach tiltet Towers, genau. Okay, gehen wir zusammen in ein Haus oder gehen wir getrennt wieder? Äh, ich glaube, ich gehe in die Grünfläche da. Okay, beim Park oder wie? Ich wollte noch ein bisschen mähen. Ah, easy, easy. Rasenschneiden ist auch ganz wichtig. Jetzt ist Frühling, Bruder. Der Rasen muss sitzen. Ich habe extra meinen Rucksack eingepackt heute. Junge, wir haben uns beide diesen Rucksack angezogen, Leute. Ihr seht ja, diesen Kinderrucksack mit John Wick. Das sieht wirklich so aus, als hätte John Wick persönlich ein Kind umgebracht, nur um diesen Rucksack zu stehlen. So sieht es einfach aus, Mann. Das ist so krank. Aber mir gefällt das. Wo sind die Leute? Wo sind die ersten PC-Spieler? Oh, Bruder. Hier ist gar keine Waffe. Ich komme, okay, hier bei uns ist einer. Der ist eingebrochen. Hier ist Tomatenkopf. Okay, ich bin tot. Warte, ich komme runter. Ich komme runter, finde ich ja nicht direkt. Ey, das gibt es doch nicht. Ich kriege hinten einen Sniper. Ey. Hey! Was? Wie viel AP hat der? Wie viel AP hat der, Alter? Seht auf, Mann, ich hasse diese Shotgun. Ey, Digga, man kann diese Shotguns einfach nicht mehr spielen. Der Typ hat mich einmal mit einem grünen Shotgun gelegt. Denn ich kriege 90 Damage. Und er kriegt drei Schüsse mit der weißen und kriegt 10. Okay, wir haben Pumpgun. Ich gehe um. Ich gehe nach oben. Ich komme runter gleich. Ich habe auch eine Pumpgun. Warte. Oh Gott, oben, Ska. Zwei Leute. Ich bin tot. Kau mal, Bruder. Einer ist tot. Schnell, schnell, schnell. Komm, bitte. Kili, kili, kili. Ja, nice, Mann. Was ein paar Frechdachse. Digga, pass auf. Ich dachte, der hat Ska. Das sah aus wie Ska. Jetzt kommt von hinten ein Headshot vom Berg. Sniper. In meinen Kopf rein, Alter. Okay, guck mal. Die haben hier direkt krank für mich. Alles dabei. Nice, nimm dir. Er hatte diese Auto-Dingens. Diese komische AR. Aber in lila. In lila. Sie ist krank stark. Ja, ich finde die nicht so. Also wenn du triffst dann. Ja, okay. Also auf Close Range geht schon gut rein damit. Ich werde mich gut zerfetzt. Ich hatte ein bisschen Panik, weil ich dachte, das wäre Ska. So, ich gehe schon mal ganz nach unten. Ey, ist Ruhe gerade. Was? Entilted? Oh. Oh, ich habe lecker Schmecker Legendary Pumpgun. Oh, das geht gut. Das geht gut, Digga. Hier ist ziemlich ruhig, ne? Zurück, Digga. Zurück vertiltet. Oh mein Gott. Komm mal bitte her, was hier liegt. Du hast auch noch eine Legendary. Ich habe auch noch eine Kiste oben. Eine Pump? Ja. Digga. Schmeckt, Alter. Oh yes. Gib mir mal die AR. Ich habe noch keine. Also egal. Ist egal. Ist egal, oder? Hier liegt eine Burst. Warte. Wo ist denn? Er soll jetzt eh nicht so viele Kills machen. Wo ist denn? Wo ist denn sie? Boah. Gegenüber. Gegenüber, Bruder. Ich habe einen Hedgehog gefressen. Er ist direkt gegenüber. Er pusht. Er hat einen MG. Pass auf, er hat einen MG. Okay. Bauen wir mich ein. Am besten nicht hier, oder? Sein Mate. Oh, ich habe keinen. Ja, komm mal rein hier. Warte, warte. Ey, ich habe Trick. Ich trage Trick 17, Digga. Äh. Warte, warte. Ich verpack die schnell. So, sein Kollege ist schon mal tot. Ich sage, der legt sich nicht gegen uns an. Oh mein Gott. Der hat mich runtergeschossen. Wir werden gepusht noch. Ja, ja. Du bist der Schott, du bist der Schott. Bitte lasst mich... Nein! Digga! Ey, was ist, was ist, was ist los gerade? Ey, ohne Spaß. Der hat jetzt von gegenüber... Einen Hedgehog mit einem MG. Ich war instant down. Mit der Minigun, ne? Es war eine Minigun sogar, oder? Mann, das kann doch nicht sein. Als wäre das hier so krank schwer, Alter. Okay, einer von unseren Besten oben, eine Hundehütte. Weil Hundehütte spawnt ja auch immer was. Ja, äh, geh du Hundehütte. Okay, gehöre ich auch hin, weißt du. Da kommt schon so ein Team Fortresskin mit gelben Handschuhen. Muss los, Alter. Er landet, er landet aber am Dach, er landet am Dach. Oh ja, die landen sehr viele. Zwei oben. Ich geh nicht ganz oben. Ich geh eins runter. Oh, ich hab Pumpgun. Brauen sie sich runter. Einer hat down. Ganz oben auf dem Dach oben. Hab einen down. Sind die? Nice. Ist das deine Falle? Ja. Ja, Stigger. Nice, Mann. Da kommt noch einer rein. Soll er reinkommen? Ist down. Okay, Digga, sehr schön. Oh, lecker. Ein Schildi, den gönne ich mir noch. Okay, gut. Wir müssen da am besten... Piste killt schon mal, Digga. Piste und fallen killt. Ich fange auf jeden Fall schon mal gut an hier. Wir müssen da am besten hier links dann lang gehen, weil ich hab immer noch keine AR. Okay, geh du vor. Geh du vor, natürlich geh ich vor, Bruder. Ich guck, weil ich hab nichts zu bauen. Worry doch, ich auch nicht. Du siehst aus wie so ein Geologe mit deiner Axt da. Ja, ich bin ein Geologe mit Kinderrucksack, Alter. Ey, hier sind Bomben. Was? Ich schmeißt einer Bomben auf uns. Hier drin ist einer. In dem Haus hier? Oh mein Gott, der hat Hatcher, der hat Ska, der hat Ska. Der ist oben, Digga, der ist down. Habe ihn down? Nice. Kann ich die Ska, bitte? Nimm dir. Läger Späger. Drüben, 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 hier drüben. Warte, warte, warte. Ich spray rein. Hat einen Hit. Ist down, ist down, ist down. Habe ihn down? Habe ihn down? Okay, nice. Hast du einen Shotgun-Money für mich? Ich habe neun Stück, Digga, ich habe auch nicht so viel. Okay, ist egal. Bruder, chill. Ich bin nicht ganz hinter dir, ne? Ja, easy. Die sind vor uns. Unter mir, unter mir. Komm mal, komm mal, komm mal. Kommt hoch. Hat dicke Hits, hat dicke Hits. Ist quasi One-Hit. Okay, er rennt durch Falle, der Idiot. Da kommt noch einer. Komm rein, komm rein. Da kommt noch einer rein, pass auf, von vorne. Geh, wollen wir mal rausgehen, ja, wa? Easy. Okay, lass die links lang. Boah, neuner Hit. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ey, Digga, hast du gesehen wieder? Hast du wieder gesehen? Lächerlich, Digga. Wen trifft es? Wen trifft es immer mich, Alter? Wieso? Warum? Erklär mir bitte, warum. Die sind, ey, du hast doch sogar 150 Leben gehabt. Digga, ich hatte 120, ich war One-Shot, Alter. Ich war One-Shot. Er gibt dir 150 im Vorbeispringen. Weißt du, was ich drücke? Gar nichts, Alter, nichts. Lass mal, ähm, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo nicht so viele Leute sind jetzt? Lass mal hier links hochgehen, oder? Oder? Wir müssen ewigen Zones heute. Lass mal hier links gerade lang. Also, es sieht mir hier aus, als würden hier doch Leute sein in der Nähe. Wir müssen uns dabei beobachten, die auch links sind. Ey, ich find's so chillig von dir, dass du mir die Schildtränke liegen lässt, Alter. Die sind da Schildtränke? So bist du ein heftiger Ehrenmann, ne? Ja, gib mal einen ab. Äh, ich hab nur zwei Stück, aber ich geb dir trotzdem einen, hier liegt. 50er, oder was? Ne, äh, 25er. Ey, liegt eine blaue AR. Ja, okay, dann nehm ich den anderen Schildtränke jetzt doch, ne? Tun mir leid. Ja, nimm du, nimm du. Hier ist noch eine Kiste. Darf ich die blaue AR haben, ja, ne? Nimm die blaue AR. Ja, nimm die blaue AR, ich bin Ehrenmann. Echt toll. Ja, ich mein, gut, du hast ne Ska, Bruder. Ja, okay. Lecker, lecker. Das geht gut rein. Aktiv. Okay, Digga. Aktive Spritzer. Lass uns einfach den Gottverdammten Winnie holen, Alter. Lass sie jetzt in die Stadt gehen. Sind Gegner? Bruder, musst los, sag Bescheid, Alter. Lol, ich treff ihn nicht. Vor mir. Die pushen mich, Digga. Oh mein Gott. Einer ist down. Das ist mein Kill. Nein, du stehlst. Oh mein Gott, was für ein... Das ist ein Voller, Bruder. Das war so ein Steal, Alter. Belastend. Was? Das ist meiner. Nein. Junge, du verf***te Anti-Mates. Ja. Das ist hier der Sieg. PS4 an die Macht, Mann. Ich hab dir halbe Stunde Zeit gegeben, sie zu killen. Du wolltest nicht. Digga, ich war gerade noch im Nachladen, Bruder. Ich wollte nur auf korrekt machen. Ich dachte mir, okay. Das war so ein Diebstahl, Alter. Nimmst du erstmal den anderen? Ich krieg Falsch an seinen Pfarrer, Alter. Aber der hat Ska gehabt, ne? Was? Der hatte der Ska gehabt? Ich hab keine Ska. Hä? Hab ich nicht. Ja, dann laufen wir jetzt zurück und ich guck, ob hier eine Ska liegt. Okay. Ich snack mir dann hier vorne die weiteren Gegner, ja? LOL. Hier ist eine Gold-Ska. Halt's. Ich spiel jetzt einfach mit... Ich hab dich verarscht. Ich spiel jetzt einfach mit zwei Ska. Okay, easy. Ich spiel jetzt mit zwei Ska. Okay, mach das. Ich geh mal hier die Lina, die ich hab, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie krass Doppel-Ska ist. Digga, das macht gar keinen Sinn einfach. Double-Ska, Junge. Dummste Taktik überhaupt. Richtig dumm. Alter, das leben noch richtig viele Leute. Die können noch ordentlich Kills machen, ne? Digga, das war grad so dreist. Also, tu mir leid. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Da sieht man mal, wie die wahre Natur eines PS4-Spielers ist, Bruder. Alles klar. Ich glaub, hier sind noch welche. Digga, hier ist niemand mehr, Alter. Oh, da kommt Meteorien drunter. Also, mir wurde mal gesagt, oder ich weiß das auch. Vor uns, vor uns, vor uns. No Skinner, vor uns, no Skinner. Ein Shot. Stark, Digga, jetzt lass pushen. Jetzt lass richtig aggressiv machen. Einer ist hinter dem Baum. Die haben beide sich ein Käfig gebaut. Einer ist hohn, einer ist hohn. Okay, jetzt, jetzt brauch ich deinen Pressure, Digga. Nice. Stark machst du das. Nein, Junge. Da klaut er mir den Kill. Was für Klaut? Was für Klaut? Digga, du bist so ein ehrenloser Spieler, Alter. Du hast geklaut. Gib mal jetzt lieber ganz kurz ein paar Raketen Munition, bitte. Nö. Er sagt so, Pressure mal, nicht Pressure. Er hat geklaut. Ey, da schießt einer. Hinter uns, hinter uns. Ich weiß, das hab ich gebaut. Okay, nice. Siehst du den? Nö, du? Ja. Oh Gott, fast hit. Fast hit. Die sind hier hinter uns. SO 150. Da hinten kommt einer angerannt. Ja, nice. Komm, wollen wir Pressure machen? Ja, easy, können wir machen. Mal gucken, wie wir uns hier gegenseitig... Boah, das ist krass, Alter. ...zubauen, Digga. Oh, du bist ganz schön hoch, Digga. Oh, nice, Junge. Ja, nice, schieß rein. Also, Granatwerfer ist nicht so deine Stärke, ne? Nee, überhaupt nicht, Digga. Anna ist down? Ja, Digga, ich sag mal, ich sag mal nicht, dass ich, 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 ich hab ihr vorher keine 109 gegeben, also das... Ach, es ist wieder, Kirgis zählt grad den einen. Digga, halt, super. Ich hab dem einen Typen, den du gedownt hast, ich hab ihm 109 mit meiner Pump gegeben und dann musstest du nur noch einmal pusten, dann ist er umgefallen. Komm, hier nimm die Raketen, Alter. Ich bitte dich. Nimm die Raketen, ich hab die Schnauze voll. Komm, gib her, gib her. Ja, liegt da. Ja, hab ich. Hab ich extra draufgekackt, dass die auch nicht treffen. Aber ich muss sagen, du bist ein richtig guter Granatenspieler. Ja, Mann, Granatenwerfer waschen immer mein Ding. Also, ich merk, mit den Granatenwerfer machst du öfters was, ne? Äh, Rocket Launcher waschen meins. Rocket Launcher, ich liebe Rocket Launcher, Granatenwerfer, ich spucke drauf, Alter, ich sag's hier. Okay, hier liegen auch Raketen, die hast du gar nicht mitgenommen. Den einen Typ, den du gestealt hast, den ziehen wir gleich ab. Eigentlich die zwei Typen, die du gestealt hast, also theoretisch sind wir gleichstand. Rechts doch welche. Die kommen da auch direkt, die pushen, ne? Was macht der da? Nice. Nein, daneben! Digga, die sind so schlecht, ne? Also, das sind meine Kills. Wenn du jetzt die Kills, dann ist das stehlen. Ich bin knocked, ich bin knocked, Alter. Ey, gib mir, obwohl ich hinter der Schräge war. Du musst es machen, du musst es machen, Bruder. Hinter dir pusht dich einer. Dein Mate kommt. Nein! Digga, er hat 200 Leben gehabt. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles, er hat 200 Leben gehabt. Ich gebe ihm 95 Headshot, ey, das ist doch Verarschung. Bruder, Bruder. Das ist Verarschung, ich sag's dir. Ja, also, ziehen wir die zwei Kills ab, die du mir gestealt hast, dann sind wir bei 7 zu 8, Bruder. Nee. Da sprechen wir jetzt einfach mal gar nicht von. Weißt du, das ist einfach, das einfach... Also, ich würde sagen, letztendlich, wir kommen auf dem Unentschieden hinaus, bin ich mir sicher. Digga, das... Was da jetzt steht, was da jetzt steht, das akzeptiere ich so nicht. Du hattest Granatwerfer gehabt, viel krasser, die Waffe. Was, Digga, was? Der blaue Granatwerfer ist so ziemlich die wackste Waffe überhaupt, Alter. Ich hätte dich wieder mit Locker geholt, 10 Leute. Hättest du nicht, hättest du nicht, hättest du nicht. Leute, wir sind auf jeden Fall am Ende unserer wunderschönen Challenge angelangt. Schaut auf jeden Fall mal wie beim Standardskill vorbei, es hat eine Menge, Menge Bock gemacht. Wir lassen uns einfach mal so im Raum stehen, Bruder. Weißt du, die erste Runde, wo du einkillt hattest, ich 5. Ey, komm, darüber reden wir nicht. Weißt du, darüber reden wir nicht. Ich sehe ja keine Beweise. Ich habe da gar nicht gespielt. Ich habe nur einfach gestartet, weil du gesagt hast, wir starten. Alles klar, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben da. Lasst bei dem Boy und Zap da. Ich würde sagen, wenn ihr einen zweiten Part davon haben wollt, lasst einen Daumen da oben da. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ich küsse eure Augen. Tschau, tschau.